Hallo Leute Willkommen zu ein kleines Info wie du denn heute bin ich sehr krank bisschen schlechter aber ein bisschen Husten und so und müssen da ist das waren jetzt sicher nicht so toll aber ein bisschen doll Husten habe ich schon das ist jetzt in Deutschland ich mache glaube ich eine Woche eine Woche mache ich Pause hier fahren zwei Wochen Urlaub und deshalb er hat nach Paris und noch noch Tunesien wegen muss man das ja eigentlich überlegen muss man Pause um machen weil es wird jetzt erklärt leider und weil ich jetzt krank bin und jetzt sich nicht mehr zwei woche also eine jetzt hier drei tage bin ich krank Sonntag wird es nicht mehr geben weil ich hier jetzt die Tue Pause mache und dazu wird es sehr lange brauchen und ihr ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerferentag oder auch besser eine gute Nacht weil ich bin oder sich diese Pause mache weil letztendlich mache ich jetzt auch nie zu Pause und das ist ja auch mal gut so denn normalerweise wollte ich das eigentlich mit Wort hier so ein paar ließ mit auch hier heißen aber da habe ich sagen nee dann lassen wir das nicht machen weil da fahren meine Eltern nur meine Mutter und und meine und meine Tante ähm ja ja deshalb mache ich das auch nicht weil Eltern kann ich das nicht abzitieren muss das halt sein muss man nochmal leben habe ich ja auch gesagt so so ich wünsche euch schönen Tag und dann sehen wir uns irgendwann vielleicht in August wieder und ähm ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann tschüss